Musik 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 Woho, Tim! Tim, hast du bereit? Äh, ja, kenn ich dich? Ich bin's, Mario! Oh, hey Leute, hier ist Mario! Oh, es ist doch schön, dich endlich zu treffen! Ein weiteres Mitglied der Jump'n'Roll-Familie! Äh, Mitglied? Ja, dein Spiel ist so wie meins! Oh, entschuldige, Braid ist nicht sowas wie super aus der Kopf, irgendwie wie auch immer dein Spiel heißt! Warte, was? Braid ist ein wundervolles Meisterwerk, nichts wie deine Main-Gestream-Kinderspiele! Aber du hast eine Prinzessin aus seinem Schloss! Das nennt man subversiv! Versteh's natürlich nicht! Aber du springst auf Gumbas! Sieht das hier für dich wie ein Gumba aus? Ja! Okay, weißt du was? Ich springe und laufe nicht nur, ich spüre auch die Zeit zurück! Südprinzessin ist der Pursche! Äh, ja, aber... Puzzeteile wurden da auch viele mitgemischt! Bench Kazooie! Ach, vergiss es! Du bist doch auch nur wieder so ein Smoking-Typ! Was? Aber du trägst doch gerade ein Smoking! Du... Sekunde! Bench Kazooie! Schau! Wir Eenspiele sind einfach zu ästhetisch und zu originell für dich, um da mithalten zu können! Hey Leute! Meine Freundin hat mich gerade entführt! Ich muss sie retten! Indem ich springe! Wuhuuu! Äh, ja, ich wollte ziemlich viel sagen, aber ich muss auch springen! Sekunde mehr Valentinerenne Ich habe drei噮-Vir cockroerato, Die gave ich drei Ihren become! Ich hoffe schon, beide nochmal values und ebenso mehr ans et lessen,